Luis, acht Jahre, ist am liebsten mit seinem Rad unterwegs. Hier in den Bergen rund um Innsbruck kennt er dafür die besten Strecken. Ich mag es einfach gerne, weil ich mag, wenn man springt und ganz schnell zu fahren und zu hüpfen. Und das mag ich halt einfach gerne. Aber Luis mag auch leise Töne, mit der Gitarre in seinem Zimmer. Der Achtjährige scheint ein Kind mit vielen Talenten zu sein. Aber vor allem eines mit einem großen Herzen für andere Kinder. Denn Luis schrieb diesen Brief an einen unserer Ärzte. Lieber Herr Dr. Stöbe, meine Mama hat mir deinen letzten Brief vorgelesen. Ich möchte von meinem Taschengeld 50 Euro für die Kinder wie Quang Rued spenden. Ich wünsche mir, dass ganz viele Menschen für dich was spenden, damit keine Kinder mehr leiden müssen. In seinem Brief schreibt Luis über einen Jungen namens Kohang Rued, hier in der Mitte des Bildes. Wie so viele Kinder im Südsudan leidet auch er an Mangelernährung. Seine Arme sind schon viel zu dünn. Über Wochen hatte er zu wenig nährstoffreiche Nahrung erhalten. Aber unser Arzt, Tankred Stöbe und Teams von Ärzten ohne Grenzen konnten ihm helfen. Kohang Rued und seiner Mutter gaben wir therapeutische Fertignahrung, damit der Junge wieder gesund wird. Fragt man Luis, warum er sein Taschengeld mit Kindern wie Kohang Rued teilt, ist seine Antwort ganz einfach. Und dann habe ich halt gesehen, wie die Kinder ausgeschaut haben. Die haben ja ganz dünne Arme gehabt und so. Und in sowas stelle ich mir immer vor, dass es genauso wäre, wenn ich so wäre. Also, wenn ich so wäre, dann würde ich, würde ein anderes Kind ja vielleicht auch das spenden. Und das wäre ja super cool oder einfach gut, ja. Bei unseren Spenderinnen und Spendern bedanken wir uns für ihr Engagement. Sie ermöglichen unsere weltweite Hilfe. Ich suche eine Menge Bier. Das ist wichtig.